Ja, man soll dann erst diese Impfpflicht scharf schalten, wenn sie nötig ist. Ist das dann nicht viel zu spät? Wir müssen uns... Und... ja. Weißt du okay? Weißt du okay? Wir machen an dieser Stelle hier weiter. Sie haben es gesehen, der Kollege Pfeffer in Berlin geht es nicht ganz.